Google Street View ist ein Feature in Google Maps, mit dem die Nutzer Bilder von Straßen verschiedener Orte der Welt innerhalb von 360 Grad sehen und darin navigieren können. Die Street View Bilder sind nicht in Echtzeit. Mit dem Street View Feature kann man Aktivitäten an Orten entdecken und planen. Wir respektieren jedoch die Tatsache, dass einige Menschen keine für ihr Empfinden bedenklichen Bilder dort wünschen. Zum Schutz der Privatsphäre von Personen setzen wir Techniken wie das Verwischen und Entfernen von Bildern ein. Wir machen es den Nutzern leicht, Fotos von ihnen, ihrer Familie, ihrem Auto oder Haus vollständig zu entfernen, auch wenn die Bilder bereits verwischt wurden. Alle Bildausschnitte von Street View sind mit der Street View Hilfe verlinkt, worüber die Nutzer Bilder melden können, die sie nicht wünschen. Dazu klicken Sie auf Ein Problem melden für den betroffenen Ort. Auf der nächsten Seite finden Sie ein Formular zum Ausfüllen zur Überprüfung durch unser Team. Wir bearbeiten Bitten zur Bildentfernung regelmäßig und beseitigen bedenkliches Bildmaterial schnellstens. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Sind da? Wir müssen auf der nächsten Seite finden Sie die Überprüfung der Tatsache, der die klassischen Kutaten, die die Kutaten aufsportieren. Wir können auf der Nutzern, der die Kutaten auf das, die Kutaten aufsportieren. Und jetzt mal das, was vom Bildentfernehmen dieser Kutaten aufsportieren. Vielen Dank.